Also geschwollene Scheißkörper unten verkaufen Das ist die Frage, ob wir nicht hochgehen und einfach warten bis abends Wahrscheinlich fast das gescheitste sein, damit wir diese Mission starten können Anstatt jetzt dann irgendeinen anderen Scheiß zu machen Also können wir die Story vorantreiben Ja, dass wir diesen Zug voll Wasser herumzuschleppen ist wahrscheinlich auch nicht so geil Los, get up! Oder wir versuchen diese 50 Roschen zu klauen Aber das wäre halt nachts wahrscheinlich geiler Du hast wahrscheinlich nur Essen Können wir auch nur Essen kaufen Okay, die Mission war da hinten Nee, komm, scheiß drauf, wir warten jetzt dann da Äh, okay Was ist das für einer? Bürger Bist du eine Mission für mich? Gott sei mit dir Du hast jemand bei irgendwas Hilfe? Weißt du, ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Woher soll ich das wissen? Weißt du, ob... Ich hab andere Dinge Oh Alles Gute Ey, hab andere Dinge, alles Gute Ich laufe immer in die falsche Richtung Ich kann mich nicht umgewöhnen Total eigenartig Oder sollte ich einfach die Karte... Kann ich die Karte drehen? Nee Wo ist das da? Questgeber Questgeber Was ist das? Neuer DLC Quest Dummes Thallenberg Oh, bist du ganz unten am Arsch der Welt, ey Warum wird denn eigentlich meine Ausdauer nicht besser? Ich renne und renne und renne und renne Du hast entdeckt Pranger Juhu Du hast entdeckt Kirche Soll ich mich hier mit ihm treffen? Satt halt geht auf 85 Runden Ne, das passt ja dann Man müsste ähm... Schneller vorspulen können Aber ich denke mal, die müssen alles berechnen und animieren Oder beziehungsweise berechnen Was mit den Charakteren jetzt dann passiert Okay Gewinn das Turnier Hier bin ich Ich heiße Heinrich Wir sollen heute zusammen unsere Runden drehen Kein guter Zeitpunkt, Junge Du findest mich morgen Nachmittag bei der Kirche Der Unteren Hä? Ah, fuck Zwischen 11 und 19 Uhr Nein Das ist ein... Ah, Retterschnapsspeicher Ne, da müsste ich das Zeug wieder machen, ne? Ah, no Carolina Und bleib auf Abstand Was werden die Leute denken, wenn sie mich mit einem Vagabunden wie dir reden sehen? Dann viel Glück Äh, okay Herr Beck, hast du was für mich? Guten Tag Mach's gut Fleischerei Was hast du zum Futtern? Schönen Tag Dörrfleisch Boah, 13 Hammelfleisch Was gibt denn das? Das hat halt 7 27 Rinderhüfte Äh Ne Ich geh jetzt bestimmt nicht zurück Wie schaut's wohl beim Essen aus? Achso, ja Das hat halt bloß nur 33 Dinge Bist du ein Schmied? Ein Handwerker Kann ich hier irgendwo was stipitzen? Kann ich hier irgendwo was stipitzen? Ja, ich kann hier irgendwo was stipitzen? Ich habe hier in der Mitte Was ist das ein Schmied? Ich bin hier in der Mitte 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 Und ich bin hier in der Mitte Dankeschön Weil jetzt kann ich mich nämlich vollfressen Und kann irgendwie warten bis zum nächsten Tag Warte, wo war das? Da hinten Oh, um 11 bis 19 Uhr Man Ich hab das 11 halt nicht gesehen Ich hab bloß 19 Uhr gesehen So Inventar Nahrung Karole Karole 76 Radieschen Kohl So, jetzt hat Äh, aber wahrscheinlich will er, dass ich dann jetzt irgendwann penne, ne? Energie Shit Aber ey, wenn du, können wir die Quests wenigstens noch machen Hä, wo ist der Pedder? Da ist er Ich sehe, du bist ausstaffiert Es kann losgehen Ich bin Nachtigall Bist du nicht der, den diese Müllerin auf einem Karren hierher brachte? Teresa? Ja, sie hat mich gerettet Sie tauchte mit Robert und seinen Rittern auf Alle Ehre dem Mädchen Hat mehr Eier als die meisten Männer Sag mir Wie hast du ihr das vergolten? Ähm Ich habe ihr dafür gedankt? Das ist nicht viel Du solltest sie besuchen, wenn es sich ergibt Und wie genau bist du im Dienste des Vogts gelandet? Ich will Herrn Rad sich dienen Aber er schickte mich hierher, um zu lernen Und das wirst du auch Du hast Glück, Junge Er muss dich mögen Die meisten Herren hätten dich fortgeschickt Komm mit, Heinrich Wir drehen in der Stadt unsere Runden Und stellen dann sicher, dass die Schenken abends schließen Ich bin bereit Aber vergiss nicht Ich soll dich auf die Probe stellen Und dir mit Gottes Hilfe etwas beibringen Ich erwarte also, dass du Verfehlungen sanktionierst Ich habe dich im Auge Damit du keine Dummheiten machst Gehen wir Feststell-Taste Oh Himmelswellen, ich bin aus Galitz Und er flehe nicht mehr als ein kranken Brot Oder ein Droschen Sehr gut, da weiß ich jetzt auch, wie es normal laufen geht Den Gegner stellen Falls der Gegner aus dem Kampf fliegt Kannst du sie verfolgen, packen Und zu dir drehen F Und dann Gas Der ist schneller wie ich Geh Ich weiß, ich habe sein Haus aufgeräumt Dieser Pranger wurde im Herbst aufgestellt Und zwei sind da bereits vermodert Hier wohnt der Schwertschmied Besen für die Stube Rechen und Hacken für den Acker Was braucht man mehr? Kommt und seht euch auf! Den Acker vielleicht, damit man das machen kann Was war das jetzt? Du bist mit in der scheiß Waschstube Los, sieh mal nach, Heinrich Also dann, was darf's sein? Lass du wohl gehen Nein Trieze mich nicht, Weib Ich schwöre bei Gott Ich bitte dich nicht noch mal Wenn du mir im Namen Gottes und seiner Gnade einen Groschen zuwirfst, bin ich weg Du undankbares, freches Gehör Gestern hab ich dir einen Groschen gegeben Und so vergilst du's mir Puh, was du nicht Da würd ich mich dran erinnern Was? Und selbst, Mann Heute ist ein anderer Tag Und ich bin aufs Neue hungrig Was schreit ihr beiden da so rum? Schluss mit dem Krawall Wurde auch Zeit, dass du kommst Dieses dreckige Bettelweib da Ich heiße Jana Meinetwegen Dieses Bettelweib da glaubt, dass sie herkommen Und meinen Laden zustinken kann Ich will, dass du sie fortjagst Schimpf sich ein Christenschmied Die Bettlerin verärgert Sollst sie bleiben Dann sind Meisterschmied Was ist das Problem? Das ist mein Laden Und ich dulde keine Bettler auf meiner Schwelle Schick sie auf den Marktplatz Dort ist sie keinem im Weg Und es gibt genug Leute, die sie anbetteln kann Musst du ausgerechnet hier sitzen? Ja, muss ich Warum? Die Leute jagen mich fort Ganz gleich, wo ich sitze Kann ich Tag und Nacht rumwandeln? Bettlerin verlangt Du schimpfst dich Ein Christenschmied Verjagen und du schimpfst dich Ein Christenschmied Das ist beides Schwachsinn Du solltest diese arme Frau Hier sitzen lassen Warum das denn? Scheiße Das ist doch beides eine dumme Antwort Vor allem, dass du ein Rüstmeister Den würde ich nicht verärgern Sicher, dass in deinem Laden Alles mit rechten Dingen zugeht Meisterschmied? Worauf willst du hinaus? Ich frage mich nur Ob du dir darüber im Klaren bist Dass der Ofen in der Schmiede Mindestens zwei Ellen Vom nächsten hölzernen Gebäude Entfernt sein muss Sicher weiß ich das Also kann ich das Maß Aus dem Rathaus holen Und nachsehen? Wie du weißt Nittmann brände hier sehr ernst Nicht nötig Ich will dir keinen unnötigen Ärger machen Du würdest mir viel Ärger ersparen Indem du diesen kleinen Streit beendest Na gut Sie darf bleiben So schwer war das doch nicht, oder? Hab Dank Tausend Dank Gern geschehen Aber halte dich in Zukunft Von Ärger fern, verstanden? Sicher Danke Mir ist schon voll die krasse Stadtwache geworden Nicht schlecht Aber dieser Tor wird dich eine Weile Auf der schwarzen Liste haben Toll Achso ja Ich muss ja Feststell-Taste Deine alten Nachbarn leben jetzt hier Es war ein ziemliches Drecksloch Aber trotzdem solltet ihr Herrn Hanusch dankbar sein Wäre es nach den Städtern gegangen Wärt ihr nicht mal in die Nähe der Stadtmauern gekommen Die Leute stehen nun nicht mehr so zu ihm wie zuvor Ein paar Töpel fordern sogar Dass Herr Hanusch das Lehen endlich dem jungen Herrn Hans Karpon übergibt Hans Vater, der alte Jeschek Gott hab ihn selig Hatte das Lehen inne, bis er ein Greis war Dann setzte er sich zur Ruhe Erst in Meeren Dann im Himmel Herr Hanusch verwaltet das Lehen, bis Herr Hans mündig wird Sie sind irgendwie verwandt Hatten denselben Ur-Ur-Großvater oder so Es kommt die Zeit, in der das gut weitergereicht werden muss Sowas endet oft in Reibereien Hoffentlich bleibt uns das erspart Ja, ein Vögelchen Jeschek Vögelchen? Aber wie man einer halt gleich schon voll auf Wache macht Wenn ich es so mache, dann geht er irgendwann vor Leine runter, oder? Nein? Hä, was fahren das gerade an? Keine Ahnung Äh, die sollen sich verziehen Sonst muss ich noch auf die aufpassen Naja, wir sind übrigens nicht die ganze Zeit jetzt von 11 bis 19 Uhr hier unterwegs, ne? Also Das hab ich nämlich damals gemeint Und Es gibt noch ne Pausenzeit Was? Da? Fuck, ich will's da hin Hä? Welchen Lump? Den da? Haben wir's bequem? Almosen, bitte, Herr Für wen hältst du mich? Bist du dumm oder nur unverschämt? Was ist denn los? Dumm also Hier ist Bettel nicht gestattet Also heb deinen stinkenden Arsch und schaff ihn von hier weg Wen stehe ich denn hier? Mich Uns Jeden Wenn er Harnuscht dich sehe, würde er dich auspeitschen Ist gut, ist gut Ich gehe ja Verfluchte Bettler Da reicht man ihnen die Hand und sie wollen den ganzen Arm Die Regeln sind klar und deutlich Bettler gehören zur Kirche Eine Schenkel steht hier am Markt Die Händler-Taverne Die andere liegt oben am Tor Da gehen wir später hin Und warum benutzen wir jetzt nicht den Weg? Na gut Du läufst doch durch Waschzuber, ne? Was, ihnen hält ein verdammter Waschzuber nicht auf Während ich nicht mal durch den verdammt Über den verstoppten Stein komme? Wer ist das da? Ich will jetzt diese ominöse Tochter kennenlernen, die ihr einsperrt Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, habe ich die damals so gemacht oder nicht? Konnte man da überhaupt was machen oder wird es einfach nur erzählt? Es muss mehr so Mittelalter-Spiele geben Im Augenblick gibt es ein paar Scherereien mit dem Schmied Aber sein Lehrling springt einigermaßen für ihn ein Wie ich höre, bist du auch Lehrling eines Schmieds Ihr könntet wenn nötig helfen, oder? Ihr? Wen meinst du damit? Dich und deinen Meister oder Vater Wer dich ausgebildet hat Er Was ist denn? Mein Vater war der Meisterschmied Er wurde in Scarletz getötet Ah Tut mir leid Wusste ich nicht Danke Mir auch Mein Papa starb auch kürzlich Ihm raffte das hohe Alter dahin Ist nicht dasselbe Aber ich kann etwas mitfühlen Das hohe Alter Also die 50 oder sowas sind meistens erreichen Und jetzt? Weitermachen Go 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 Dö tö 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 der tö Das Rataia lehen is' recht gros Selbstredend hatte's hier in der Stadt san' Ursprung Und er streckt sich entlang der Sasau Bis nach Kohlarla Dann sind da der Gallenberg Und viele abgelegene Höfe rundherum Neuhof Mehr ho llev Meisters pipeline的 kümmert sich um Herrn Hanusch Stelle. Er ist mit Abstand sein bester Basal. Für einen Neuankömmling ist das alles etwas kompliziert, nehme ich an. Dieser Herr hier, dieser Herr da, diese Ausnahme hier, die andere dort, Ausnahmen von Ausnahmen, Recht auf halbe Sachen und so weiter. Es würde ein Jahr dauern, sich darauf einen Reim zu machen. Dieser Turm hier war nur halb so groß, als ich ein Knirps war. Herr Hanusch ließ ihn ausbauen und machte daraus eine Rüstkammer. Aha, ich war hier, um jetzt Zeug zu holen. Wir ziehen halt die Patrouille komplett durch, Mann. Wobei ich immer nicht weiß, warum er wieder bremst. Ah, cool, ey. Könntest du mir ein paar von deinen Pfeilen geben? Ich habe keine Pfeile, Mann. Was ist denn da oben? Was sind denn da so Ketten? Gott sei mit dir, Hänisch. Wie geht's? Geht schon, Nachtigall. Ist ruhig heute. Gut. Wo ist eigentlich Moimir? Sollte er nicht hier bei dir sein? Ach ja, ist noch nicht aufgekommen. Ah, verstehe. Na, wo könnte der sich nur rumtreiben? Weiß nicht. Du weißt nicht, hm? Lass mich dir etwas sagen. Wenn der Vogt rausfindet, dass Moimir faulenzt, steckt er tief in der Scheiße. Du als sein Freund willst das doch nicht, oder? Nein. Es wäre also besser, wenn ich das in die Hand nehme, ja? Äh, ja, schätze schon. Also, wo steckt er? In der Schenke. Hat er Durst, also? Ginge auf ein Bier. Wir wissen doch, wie das läuft. Komm, Heinrich. Suchen wir diesen Müßiggänger. Und du bringst ihn dann besser zur Vernunft. Okay. Naja, ist ja blöd, wenn man gleich neben der Schenke Wache schiebt, ne? Was zum Teufel trappst du hier, wenn du am Tor sein solltest? Bewege deinen Arsch und bewacht das Tor. Schweig und bewege dich. Das Glück, dass ich dich gefunden habe und nicht der Vogt. Oder gar Hauptmann Bernhard. Was? Setz dich zu mir, Heinrich. Lass uns was trinken. Erstmal wen losschicken, nur dummes Auge, geh und deinen Job machen. Denner hat mich ganz schön erzürnt. Sollten wir nicht unsere Runde drehen, anstatt zu saufen? Du bist ehrgeizig, was? Keine Bange. Jeder Wachmann darf mal Pause machen. Aber nicht die beim Tor und auf dem Turm. Aber genug davon. Versauen wir uns nicht den Tag. Hör mal, da wir schon hier sind, wie wär's mit nem Spielchen? Warum nicht? Also, los geht's. Tee. Ach du Scheiße. Wenn du zum Glücksspiel frönen kannst du dich in jeder Schenke, die etwas auf sich hält, ein Würfelspiel-Fakel versuchen. Ziel des Spiels für zwei Spieler ist es, als erster eine bestimmte Punktzahl zu erreichen. Sechs Würfel werden geworfen und die Spieler wechseln sich ab. Punkte gibt es für jeden eins und fünf, sowie für mindestens drei gleiche Augen einer Zahl. Gepunktet wird wie folgt. Eins ist 100, fünf ist 50. Drei gleiche Augen sind 100 Punkte. Multizipiert mit den Augenwert beispielsweise vier mal vier sind 400. Anzahl der Punkte, die du erzielen musst, 5000. Bisher zielte Punkte, Zwischensumme. Der Zug eines Spiels beginnt mit einem Werfen aller sechs Würfel. Ja, ich würde schon irgendwie zusammenkriegen. Ähm, okay. 1000. Punkten und fortfahren. Puckmann passen Das war's für mich Schauen wir mal was abgeht 4-4 Und ein 5er weg Fortfahren Oh, sehr gut Gefickt Gefickt Was geht ab, Alter Sind wir jetzt bis dahin unterwegs, oder? Das sind alle dicht Danke So, Leute, die Glocke Wen geben wir jetzt auf die Glocke? Das da? Das ist ja bis dahin unten, Mann Alter, wir müssen dann irgendwo penten gehen Ich hab das verboten, ohne Fakker rumzulaufen Da hab ich schon 3 4 Dann leg's doch ab, dein Kreuz Höh, höh, höh So Was ist jetzt die blute Glocke? Hier Oh, da Mach die Händlerschenke beim Marktplatz dicht Los, zöcke ich Sonst gibt's auf die Fresse Oh, noch weiter Warte, laufe ich jetzt dahin, um zu klingeln Nur, um dann zurückzulaufen Und das dann wieder Wie wär's, wenn ich mich noch 10 mal rumlaufen lasse Die selbe verdammte Strecke Wer bist du? Bürgerin Verdammt nochmal Du kriegst wahrscheinlich Stress, oder so Und der Domherr von St. Wenzel in Olmitz War so besoffen Oh, fuck Dass er das Schwein Auf den Marktplatz trug Sattelte Und darauf durch das Stadttor ritt Also wir Wir wussten, dass das nur böse enden konnte Weshalb Herr Peter und ich losritten Und nach dem guten Domherrn und seinem Schwein suchten Und habt ihr ihn gefunden? Wir spürten das Biest bei einem Koben hinter Kronau auf Ich meine, das mit der Tonsur auf dem Haupt Das echte Schwein haben wir nie gefunden Aber der Domherr lag friedlich schlafend im Schweinestall Gleich und gleich gesät sich gern Es scheint, als würde dies auch auf Säue und Prelaten zutreffen Ein Toast, werte Herren Auf Säue und Prelaten Gott schütze Ihren Speck Herr Hans, vergib mir die Störung, aber ich muss Was musst du? Willst du dich uns anschließen oder Uns einen ausgeben? Ich bedauere, aber wir trinken nicht mit Bauern Das hier ist kein Dorf, du Bürschchen Nein, Herr Es ist Sperrstunde Die Schenke wird jetzt geschlossen Solange ich hier sitze, wird gar nichts geschlossen Ist das klar? Wenn das alles ist, darfst du dich verabschieden Hast du den Verstand verloren? Du kannst dem edlen Herren keine Vorschriften machen Der ist reizbarer als ein Bär mit Magenschmerzen Wenn ich du wäre, würde ich ganz schnell wieder verschwinden Der Vogt hat mir aufgetragen, die Schenke zur Sperrstunde zu schließen Sodass niemand nach dem Abendläuten die Ruhe stört Was, der Vogt? Weißt du, der Vogt kann mich mal Ich schätze, du hast nicht vergessen, wer der rechtmäßige Herr von Ratai ist, oder? Nein, es ist Herr Hanusch Ach, und? Ist er hier? Oder versteckt er sich etwa unter dem Tisch? Nein, tja, dann sind seine Worte leider nicht mal ein Furz im Bade Hauswert Außerdem hat er nur das Sagen, bis ich erwachsen bin Das kann ja noch eine Weile dauern Genug! So sprichst du nicht mit mir klar? Ich bin ein Adliger Ich bitte Sie, edle Herren Ihr werdet hier doch wohl keinen Kampf anfangen, oder? Und ob, wie wir das werden Ich werde diesem Bauern zeigen, wo er hingehört Ach ja Schon wieder Stress anfangen Oh fuck, ich hab vergessen, dass ich Na fuck Kruzifix! Was in Herrgotts Namen geht hier vor sich? Was ist? Antworte mir verdammt! Dieser Ochse hat mich beleidigt Ich musste ihm eine Lektion erteilen Indem du dich im Dreck wälzt wie ein Schwein? Ja, das zeugt doch von edlem Verhalten Herr Hanusch, der Vogt befahl mir die Schenke zu... Zeichsel! Halte deinen Mund, du kannst wirklich froh sein, dass du aus Ratzigs Gemeinde stammst Bist du denn völlig des Wahnsinns? Erhebst die Hand gegen ein Edelmann Und du, Hans Wie oft hab ich dir schon gesagt, dass es vielleicht gut für die Moral sein mag Sich mit seinen Untergebenen zu betrinken, es deinem Ruf jedoch schadet Du verbringst all deine Tage saufend und weiberjagend Was egal wäre, wenn du auch deinen Verpflichtungen nachgehen würdest Jetzt sehen wir ja, wohin dieses Verhalten führt Morgen Begleitest du mich zu einer Anhörung Ein paar Gutsbesitzer baten mich, einen Disput zu klären Du wirst dabei viel lernen können Ich hatte eigentlich vor, morgen auf die Jagd zu gehen Aber wenn du meinst, ich solle den belanglosen Nörgeleien ein paar alter Narren lauschen, so sei es So, so, auf die Jagd? Nun denn, edler Herr, ich sage dir was Geh ruhig jagen Wirklich? Oh, gewiss doch Wer bin ich denn es zu wagen, den jungen Herrn Karpon seines Spaßes zu berauben? Und Heinrich wirst du als deinen Knappen mitnehmen Den? Auf gar keinen Fall Du trust gefälligst, was ich sage Es ist längst überfällig, dass du lernst Menschen auch abseits der Wirtshäuser zu führen Jetzt verschwinde! Herr, ich bin dem Vogt verpflichtet und ich kann nicht... Jetzt nicht mehr! Du bist ab heute Herrn Karpon verpflichtet, klar? Es ist Zeit, dass du lernst, wie man sich in der Gegenwart des Adels verhält Gehen wir! Sag der Küche, ich bin hungrig Es war eine lange Reise Ich bin der Küche, ich bin der Küche, ich bin der Küche